Musik NPD, würden Sie die verbieten? Da hast du genau so einen Fall, wo man sich als einzelner Mensch eigentlich anders verhält als die Partei. Meine Partei hat in ihrer großen Mehrheit gesagt, ja, wir wollen gerne die NPD verbieten. Ich verstehe auch warum, weil die NPD, solange sie erlaubt ist, Steuergelder bekommt und mit Steuergeldern eine Politik machen kann, die ich ganz entsetzlich finde. Aber ich selbst bin da ziemlich, ich zögere da, weil es gibt ja Leute, die wählen die NPD. Und wenn man die NPD verbietet, dann denken die Leute ja trotzdem immer noch, dass sie so eine Partei wie die NPD wählen wollen. Und ich kann ja den Leuten nicht das Denken verbieten. Also muss ich lieber mit den Leuten reden, warum sie das tun und versuchen, sie davon abzubringen, als die Partei zu verbieten. Aber in Parteien hat man nur ein Mittel. Man diskutiert miteinander. Am Schluss macht man eine Abstimmung. Und wenn die Mehrheit sagt, wir wollen das jetzt machen, dann bin ich in den meisten Fällen auch bereit, das zu akzeptieren. Insofern werde ich da den Weg mitgehen. Aber ich will nicht verheimlichen, dass ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich bin strikt für verbieten. Also das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich würde ich sie gerne verbieten wollen. Also eigentlich will man natürlich nicht, dass so eine Partei existiert. Ich glaube aber, dass selbst ein Verbot nicht so viel bewirken würde, weil wenn es Menschen gibt, die eben sehr rechtes Gedankengut haben oder rechtsradikal sind, dann kann man sozusagen das, was die Leute denken, also in den Köpfen kann man nicht nur dadurch verändern, dass man einfach eine Partei verbietet, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eine andere Partei gibt, die das macht, ist relativ groß. Also ich glaube, wenn man gegen Rechte oder auch gegen Linksextremismus und Rechtsextremismus ist, also es gibt ja extremistische Formen in beide Richtungen, dann muss man einfach immer aufklären und muss immer sehr wachsam sein und muss immer versuchen, gerade wenn Menschen rechtsextreme Sachen zum Beispiel sagen, auch immer dagegen zu halten und immer sehr, sehr wachsam zu sein. Und das muss jede Generation lernen und ich glaube, ein Verbot der Partei, was mir persönlich gut gefallen würde natürlich, würde aber politisch vielleicht gar nicht so viel bringen. Deswegen sage ich eher, immer sehr wachsam sein und eben nie zulassen, dass, sage ich mal, Leute, die zum Beispiel rechtsextremes Gedankengut haben, denen immer auch sich dagegen stellen. Es ist wichtig, dass man demonstrieren geht und es ist wichtig, dass man zeigt, dass das nicht mehrheitsfähig ist. Ich bin strikt für verbieten. Die NPD ist eine ziemlich schlimme Angelegenheit und wir haben da auch bei uns in der Partei, bei den Grünen eine Diskussion darüber. Ich bin der Meinung, ein Verbot würde nichts bringen, weil durch ein Verbot ändert man die Leute nicht und ändert die Gesinnung nicht. Eigentlich ist die Aufgabe eher, mit denen sich auseinanderzusetzen und den Leuten hier in unserem Bezirk und überall zu sagen, wählt die nicht aus den und den Grünen. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Also wir würden durch Verbieten das Problem nicht lösen. Außerdem ist das letzte Verbotsverfahren, das wisst ihr bestimmt auch, gescheitert, weil da zu viel Spitzel- und V-Leute drin waren in der NPD. Man gar nicht genau weiß, wer waren jetzt die echten NPD-Leute und wer die falschen. Und so eine Panne sollte nicht nochmal passieren. Auch deswegen bin ich da vorsichtig. Also ich finde, die stehen außerhalb des Grundgesetzes. Ich habe gerade heute, hatte ich einen Panko-Termin, da haben die wieder ein, kann ich nur sagen, rassistisches und ausländerfeindliches Plakat hingesetzt. Und dass die von meinen Steuergeldern solche Plakate aufhängen können, finde ich nicht eingemessen. Ich bin dafür ganz klar gekannt. Geh wählen, Mensch! Geh wählen, Mensch!